Hallo, mein Name ist Martin Brombeis, Gründer von Feuerwehr Fitness und wenn Sie bei der Feuerwehr sind, sollten Sie sich dieses Video unbedingt ansehen. Als Atemschutzgeräteträger und Diplom-Fitness-Trainer habe ich mich vor einigen Jahren auf das Training von Feuerwehrleuten spezialisiert und möchte Ihnen helfen, Ihre Mannschaft fit für jeden Einsatz zu machen. Wie Sie sicher wissen, ist die körperliche Leistungsfähigkeit absolute Grundvoraussetzung für den Feuerwehrdienst und bedarf unserer Aufmerksamkeit, richtig? Sie haben heute die Möglichkeit, Dienstsport auf einfachste Art und Weise in Ihrer Wehr zu etablieren, um von schnellen, effektiven und vor allem sicheren Einsätzen zu profitieren. Und das Beste daran, Sie müssen selbst weder Zeit noch Geld investieren. Für Sie habe ich einen kostenlosen Online-Workshop erstellt, in dem Sie lernen, wie Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Mannschaft erhöhen und ein Sicherheitspolster für den Ernstfall schaffen. Als Geschenk für alle Teilnehmer gibt es unser erfolgreiches Trainingsprogramm G26-3, das 4-Wochen-Training kostenlos obendrauf. Schon als ich mit dem Coaching von Feuerwehrfitness angefangen habe, dachte ich immer außerhalb der Box. Mit der Zeit und dem Feedback hunderter Kameraden entwickelte sich etwas Brandneues. Insider kennen dieses System unter dem Namen FireLead. Die neue Methode ist die beste Möglichkeit, um sich spezifisch und realitätsnah auf Szenarien wie Brände, Umweltkatastrophen und Verkehrsunfälle vorzubereiten. Mittlerweile nutzen hunderte engagierte Feuerwehrler die Vorlagen und transformieren sich Stück für Stück zu ihrer besten Version. Und vor wenigen Tagen gingen mir einige sehr interessante Fragen durch den Kopf. Wie viele Menschen könnten gerettet werden? Wie viel Hab und Gut könnte geschützt werden? Wie viele Familienangehörige könnten beruhigter sein, wenn ihre Liebsten zum Einsatz ausrücken? Wie viele Feuerwehrler könnten für sich selbst ein zusätzliches Sicherheitspolster schaffen? Wenn die Entscheidungsträger der Feuerwachen ihren Mitgliedern ein spezifisches Fitnessprogramm zur Verfügung stellen, mit welchen Sie sich selbstständig fit machen können. Denken Sie mal darüber nach. Erkennen Sie den positiven Domino-Effekt, welchen Sie auslösen können? Es wartet ein 60-minütiger Online-Workshop auf Sie, in dem Sie lernen, wie sich ein solches Programm mühelos und ohne großen Zeitaufwand umsetzen lässt. Darüber hinaus möchte ich Ihnen unser Trainingsprogramm zur G26-3 im Wert von 297 Euro kostenlos als Anreiz geben, den Sie nur dann erhalten, wenn Sie sich Zeit für diese wichtige Angelegenheit nehmen. Und warum das Ganze? Weil ich meine Öffentlichkeitsarbeit als Coach in Kürze beende und mein Werk mit dieser letzten Aktion als vollbracht sehe. Mein Fußabdruck ist hinterlassen. Nutzen Sie die Chance, Ihre Wache auf den Fitnessstandard zu heben, welche eine Feuerwehr dringend benötigt und hinterlassen auch Sie Ihren Fußabdruck. Wenn das Thema Feuerwehrfitness etwas ist, das Sie als wichtig erachten, klicken Sie jetzt auf den Button unter dem Video und sichern sich Ihren Platz bei unserem Online-Workshop. Wir sehen uns gleich! Vielen Dank! Vielen Dank.